Nächster Halt Rheinhausen Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt Ruhmeln Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt Trompett Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Mörs Abfahrt der Busse am Bahnhofsvorplatz Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Rheinberg Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Millingen Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt Alpen Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt Xanten Dieser Zug endet dort Alle Fahrgäste werden gebeten auszusteigen Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns Sie bald wieder in einem Zug der Nordwestbahn begrüßen zu dürfen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts